Es gibt so viele wunderbare Sorten hier auf unserem Planeten, nicht nur die herkömmlichen roten Cocktailtomaten, wie ihr die hier jetzt sehen könnt, sondern auch hier in allen Formen, wie die Reisetomate, wo man hier die Teile bzw. die Stücke abreißen kann, auch eine sehr interessante Sorte. Hier die Thorburns Terracotta, eine braune Tomate, auch eine wunderbare schmackhafte Tomate und hier die Cherokee Lime Stripes, braun-grün gestreift. Und in dem Video darf ich euch wieder weitere Sorten aus meinem Anbau vorstellen und da möchte ich euch einfach nochmal näher bringen, was es für eine Tomatenvielfalt überhaupt hier bei uns auf der Erde überhaupt gibt, wo die meisten denken, Tomaten müssen ja rot sein. Das hier ist jetzt die Orange Russian, auch eine sehr ähnliche Sorte zu meiner Familiensorte, aber anstelle, dass sie so rosa abreift, hat sie halt diese feuerfarbene Abfärbung, also orange, gelb und rot. Das ist auch so eine Fleischtomate, anscheinend auch so eine frühe Sorte, bildet auch ganz schöne Früchte und ich denke, die wird auch sehr süß und schmackhaft schmecken. Diese Sorte habe ich jetzt zum ersten Mal im Anbau, das ist die Sorte Schaar, Saatgut habe ich mir gekauft, werde ich ausprobieren. Hat halt eine interessante Abfärbung, so gestreift, rot, gelblich, orange, so ein bisschen feuerfarbig und da bin ich auch mal gespannt, wie sie schmecken wird und ist auch eine schöne Tomate, die richtig gut heranwächst. Hat jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel Ertrag, wie ich jetzt sehen konnte von den Früchten her, aber probieren geht über, studieren. Hier am Rand vom Folientunnel sehen wir jetzt eine Wildtomatensorte, ich habe sie jetzt orangene Wildtomate genannt und die haben wir hier so jetzt an den Tomatenhaken raufgefädelt und wie ihr halt hier sehen könnt, wird hier ganz schön buschig, bildet enorm viel Blüten aus und jetzt hier zum Beispiel am Boden werden auch die ersten Früchte reif, die werden so goldig-orange, wenn sie feuerreif sind, sind richtig süß und wirklich zum Naschen ideal geeignet. Ich habe sie auch draußen beim Kultivieren, allerdings muss ich sagen, dass sie dann doch ein bisschen, ich glaube, braunfäuleanfällig ist. Im Vergleich jetzt zu der Ananas Noir hier, die ist ja ein bisschen rot abgefärbt, habe ich jetzt hier die hier, die ist so ein bisschen bräunlich, also mehr bräunlicher, ich weiß nicht, ob man das sehen kann und ich glaube, das hier ist die Chocolate Stripes. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, aber die sind hier nicht identisch, also die ist ein bisschen bräunlicher als die Tomate, die ich zuvor geerntet habe, die Ananas Noir, deswegen denke ich, dass das hier die Chocolate Stripes ist und die hat auch recht große Früchte, wie ihr hier sehen könnt, die sie noch ausbilden wird. Und die wächst auch hier eintriebig entlang, sehr tragreich und sehr große Früchte. Das hier ist jetzt die Indigo Beauty, die gehört zu den schwarzen Tomaten. Die schwarze Verwärmung hat sie deshalb, weil sie sehr viele Anthocyane hat. Ist eine sehr schöne Sorte, wie ich finde, bild so an große Tomaten. Das ist jetzt zum Beispiel eine größere Frucht. Hier genauso. Ist eine Stabtomate, die ich aufgeleitet habe und letztes Jahr habe ich sie auch angebaut und sie schmeckt wirklich safthaft, saftig, safthaft und ja, ist auch sehr süß, wenn man sie dann komplett ausreifen lässt, also wirklich eine wunderschöne Sorte, wie ich finde. Das ist jetzt eine Tomate, die ich draußen im Freiland habe und das ist sehr interessant, dass die jetzt schon die erste vollreife Frucht hat. Die Sorte weiß ich nicht ganz genau. Könnte Desdemona's Heart sein. Die habe ich zum Beispiel im Ambo. Weiß ich nicht ganz genau. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel wisst, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, weil die halt doch sehr herzförmig ist und so rot-röserlich abfährt. Also wie gesagt, Desdemona's Heart könnte es sein. Muss ich aber nochmal genau schauen. Diese große Fleischtomate hier ist die Black Prince. Ist so eine ähnliche Sorte wie die Black Crim. Ungefähr, oder die Charlie Prince vom Selbstversorger Rigotti. Auch so eine dunkle Sorte. Und ich mag wirklich diese dunklen Sorten sehr, weil, alter, die sind so süß und schmackhaft. Und das ist jetzt meine erste Tomate, die ich anbaue habe. Ist eine Fleischtomate. Trägt auch ziemlich gute Früchte. Hier ist schon ein bisschen aufgeplatzt, aber naja, kann man nichts machen. Aber das ist halt eine sehr ertragreiche Sorte, wie ich jetzt feststellen darf. Und das kann jetzt die Tomaca Terracotta sein. Also so eine braune Tomate, wie ihr hier sehen könnt. Das ist halt jetzt zum Beispiel eine Sorte, die ich habe. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich sie auch zum ersten Mal im Anbau habe. Und wie auch hier, wenn ihr wisst, welche Tomatesorte es genau ist, könnt ihr mich gerne anschreiben. Da schaue ich auch wieder nach. Und ich muss wirklich sagen, ich habe gestern eine Frucht probiert. Und die ist so wunderbar schmackhaft vom Aroma. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist halt wirklich... Alter. Also das war schon eine wirklich... Ist wirklich eine schöne Sorte und schmeckt auch 1A. Muss ich wirklich sagen, die schmeckt auch 1A. Und die habe ich jetzt auch mehr triebig und so schlecht geht es ihr auch gar nicht. Das hier ist jetzt die Sky Komisch. Das ist so eine kleinere Salattomate. Und wie ihr auch sehen könnt, ist die halt so feuerfarben abgefärbt. Rot, Orange, Gelb. Und ich mag halt einfach diese Sorten. Und die Samen habe ich auch dieses Jahr erst bekommen. Habe ich mir ertauscht. Und ich weiß einfach, dass die wunderbar süß schmeckt. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eine rote Cocktailtomate von mir sehen. Und das da, kann ich gleich mal holen, ist die Cherokee Lime Stripes. Bei dieser Tomatensorte bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also auf dem Schild steht zwar Ananas Noir. Schaut jetzt ungefähr so aus. Schaut aber für mich so aus wie eine Sorte von der Black Creme oder ähnliches. Die ist auch so braun-rötlich. Ob es jetzt wirklich die Ananas Noir ist. Ich habe mir auch viel Saatgut ertauscht. Ja, mag ich mal jetzt so da hinstellen. Jedenfalls will die Tomat doch recht gute Früchte. Ziemlich groß. Und es ist auch wieder so eine Stabtomate. Also, ja, da bin ich mir nicht sicher. Wenn es einer von euch weiß, könnt ihr es hier gerne in die Kommentare schreiben. Das hier kann die japanische Ochsenherz herzförmig sein. Die hat eine ziemlich rosafarbene und rote Abfärbung und hat, wie ihr sehen könnt, sehr große Früchte. Soll auch etwas weniger Samen haben. Und die habe ich jetzt auch. Das erste Mal im Anbau ist jetzt, ja, wie gesagt, ein Ochsenherz und dürfte auch dann bald erntereif sein. Bin ich auch mal gespannt. Ist jetzt hier hinten im Gewächshaus und wie ihr sehen könnt, bildet die dann doch recht gute Früchte aus. Auch wenn ich sie doppeltriebig habe. Aber die sind alle recht groß. Und das dürfte dann doch eine sehr ertragreiche Sorte sein. Gleich daneben habe ich so eine rote Cocktailtomate. Ich weiß nicht, was das für eine Sorte genau ist. Also hier steht zum Beispiel Dixie Golden Beefsteak Tomate. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich die Sorte ist, weil die ist nicht golden, sondern eher rotfleisch. Deswegen ist es einfach für mich eine rote Cocktailtomate. Habe sie auch schon probieren dürfen. Sie ist echt süß. Also so wie halt eine rote Cocktailtomate auch sein sollte. Und die haben wir jetzt auch doppeltriebig, weil solche Tomaten dann doch immer sehr groß werden. Und eintriebig werden die dann wirklich für das Gewächshaus viel zu groß. Und deswegen gut, die werden die wie hier ein bisschen mehrtriebig. Okay, jetzt noch mal eine kleine Korrektur vom letzten Video. Da habe ich ja gezeigt, dass eine Tomate die Cherokee Lime Stripes ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist halt so, die, die ich gezeigt habe, war halt so rot, dunkelrot mit grau marmoriert. Muss ich nochmal schauen, was das genau ist. Berichte ich dann eventuell auch in den kommenden Videos. Aber das ist jetzt hier die Cherokee Lime Stripes. Also hier kann man die dann sehen, dass die so ein bisschen bräunlich ist und auch grüne Streifen hat. Die ist jetzt hier im Gewächshaus. Das ist einfach nochmal so, ja, nochmal eine Korrektur vom letzten Mal. Das hier ist jetzt die Blush Tiger. Die wächst jetzt hier bei mir im Gewächshaus. Das ist eine Flaschentomate. Und wie ihr hier sehen könnt, werbt ihr so ein bisschen bräunlich und ab, also ein bisschen dunkelbräunlicher, würde ich sagen, ist hier oben grün. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr, so wie dieses Jahr, habe ich auch die Blush Tiger im Anbau. Und das sind halt wirklich sehr süße Flaschentomate. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Besuch gehabt. Da fliegt eine Wespe um hier. Jedenfalls wenn ich jetzt mal aufstehe, dann seht ihr, dass die Pflanze, also die Tomate, richtig groß ist. Also ich glaube, die ist jetzt schon zwei Meter Mitte Juli. Also normalerweise sollte die im Folientunnel stehen und ist für ein Gewächshausanbau eher eintriebig, weniger gut gedacht, wenn man nicht die optimale Höhe hat. Das hier müsste die Striped Roman sein, soviel ich gedacht habe, dass ich auch mit dem Pflanzschild die Tomatenpflanze hier reingesetzt habe. Wie ihr hier sehen könnt, färbt diese Tomate so gelb, ist so gelblich-orange mit roten Streifen. Aber soweit ich in Erinnerung habe, war die Striped Roman genau andersrum. Ich möchte ja meine Hand nichts ins Feuer legen. Jedenfalls ist die Frucht recht groß und schaut von der Farbe her trotzdem für mich ziemlich schön aus und sehr gut trägt hier auch die Tomate und natürlich auch wieder hier im Gewächshaus kultiviere ich sie eintriebig. Das hier ist auch eine besondere Sorte. Das hier ist unsere Familiensorte, also diese Herztomate, die eigentlich hier rosa ist. Das ist die jetzt in Orange. Die ist letztes Jahr habe ich Samen ins Gewächshaus als Mulch zur Orange reingelegt oder beigelegt und da ist dann wirklich eine Pflanze rausgekommen und die hat dann wirklich so orangefeuerfarbene Tomaten produziert oder wachsen wachsen lassen die halt wirklich so ähnlich ausschauen wie unsere Familiensorte mit Herz-Tomate und da dachte ich mir so, ja gut ist es die Familiensorte die sich ein bisschen gekreuzt hat und die ist genauso saftig und herzhaft süß. weil euch das Video gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen schreibt auch etwas in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und auch auf die Glocke drückt dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt wenn ich ein neues Video hochlade und ich würde mich natürlich auch freuen meine Freunden bekannten Familien von mir und meinem Projekt erzählt damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden ich mit meinem Kanal wachse die Leute ich sozusagen auch selbstständiger werde das Projekt am Laufen halten kann weil sich immer mehr Leute finden die bereit sind mich und meine Arbeit hier für euch zu unterstützen damit ich auch weiterhin Videos und im Garten für euch tätig sein kann ist eben ein bisschen nachvollziehbar natürlich die Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite und in diesem Sinne vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt bis dahin Ciao und alle Tomatensorten die ich zeige ohne Gewehr ich weiß nicht ob das wirklich stimmt oder so da müsst ihr auch ein bisschen mitdenken aber ich weiß nur eins dass die wirklich zum Anbeißen sind die Tomaten wirklich zum Anbeißen bis 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 zum Anbeißen Vielen Dank.